Was ist die Aufnahme von Geflüchteten, die derzeit auf den griechischen Inseln blockiert sind? In der Zeit hat sich die Lage dramatisch zugespitzt. Ich selbst war im vergangenen Jahr im Lager Moria auf Lesbos. Bereits damals waren die Lebensbedingungen dort unhaltbar. Nun hat sich mit der Corona-Krise die Lage aber dramatisch verschärft. 20.000 Menschen sind in Moria blockiert. 1.300 Personen müssen sich jeweils einen Wasserhahn teilen. Unsere Solidarität darf nicht vor Grenzen Halt machen. Normalerweise wären wir nun zu vielen Tausenden auf der Straße. Doch angesichts der aktuellen Situation müssen wir unseren Forderungen auf andere Weise Nachdruck verleihen. An die gesamte österreichische Bundesregierung nehmen sie die dringenden Appelle zur Evakuierung der Flüchtlingslager auf den griechischen Inseln auf, um eine Katastrophe inmitten der Covid-19-Pandemie zu verhindern. An die staten mentally verleihen. An die staten auf eines der Lorde muss haben, um eine Katastrophe in der Luft-19-Pandemie zu verleihen. An die staten auf der Erde verschärft werden wie die dringenden Appelle zur Hagel.